Freunde, bevor das Video startet, nicht vergessen, Däumchen nach oben, Abo dalassen und jetzt viel Spaß beim Video. Ja, meine Freunde, willkommen beim neuen Format 4 für die Raute, Transfervorschläge für Werder. 4 Transfervorschläge für Werder. Warum heute in der ersten Folge aber 7 Spieler dabei sind, erkläre ich euch gleich im Laufe des Videos. Dennoch werde ich auch jetzt im Nachhinein noch gucken, dass wir einen Thumb dazu entwickeln werden, also ein Bild, ein Anfangsbild, wo immer klar zu erkennen ist, 4 für die Raute, A, alles klar, das ist dieses Format, damit eben jeder weiß, der dieses Video anklickt, okay, das sind jetzt Transfervorschläge für Werder. In dem Fall haben wir verschiedene Positionen, deswegen kann ich nicht sagen, 4 für die Raute Stürmer Edition, sondern ich kann sagen, 4 für die Raute Community Edition und genau deswegen sind auch 7 Spieler drin, denn es gibt einen Transfervorschlag, einen Spieler, den ich rausgesucht habe, den ich euch gerne mal vorschlagen möchte, weil ich eure Meinung gerne in den Kommentaren haben möchte. Alle anderen Spieler wurden von der Community mir reingeschickt und da habe ich eben gesagt, okay, ich finde 3 davon extrem gut auch machbar oder wo ich sage, ja, das könnte interessant werden und dann wären wir halt mit meinem Vorschlag bei 4 und die anderen 3 Spieler sage ich halt, das ist halt schon eine viel schwierigere Situation, aber es sind eben Community-Vorschläge und deswegen werden wir uns die auch angucken und durchgehen. Bitte seid respektvoll in den Kommentaren. Wie gesagt, ich finde es allgemein schon cool, dass eben sich Leute auch Gedanken machen, ey, Weltspieler könnten zu Werder passen, wie sieht da die Vertragssituation aus, denn eins ist ja auch klar, im Winter wäre nur möglich Laie oder Ablöse frei und Richtung Sommer wäre eben nur möglich, ja, niedrige, niedrige Gelder beziehungsweise wenig, im Idealfall wenig Gehalt, sodass der im Transferbudget bei uns reinpasst, heißt, ja, roundabout unter 2 Millionen verdienen wäre schon gut und eben marktwerttechnisch, dass da eben nicht die Überexplosion ist, also Spieler über 5 Millionen sind schon schwer, es sei denn, die sind eben auch ablösefrei, dann ist das natürlich was anderes und da würde ich sagen, gehen wir direkt zum ersten Spieler über und zwar Diorgio Jovanovic, Jovanovic, ja, ist schon immer ein Jovanovic, Bettwäsche geschlafen, der kennt es nicht, spielt bei Maccabia Tel Aviv, hat einen Marktwert von 3 Millionen, ich blende übrigens jetzt hier drüber immer dann auch den Vorschlag ein von demjenigen, der den vorgeschlagen hat, manche Spieler wurden auch mehrmals vorgeschlagen, das kann natürlich auch sein, hat in der aktuellen Saison von 16 möglichen Spielen 15 Spiele gemacht, 9 Tore dabei erzielt, 3 Vorlagen gemacht, hat aber auch eben international ein Stück weit Erfahrung gesammelt, denn er hat in seinem Profil auch hier zu sehen schon in der Europa League zweimal gespielt, Europa League Qualifikation ein Spiel gemacht, Europa Conference League zwei Spiele gemacht und in der Conference League Qualifikation zehn Spiele und vier Tore gemacht. Ihr seht auch rechts die Vereine, wo er vorher war, er ist jetzt gerade und deswegen ist das vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, in seinem Formhoch mit 23, gehen jetzt so langsam die Lampen bei den Leuten an, hat jetzt seinen höchsten Marktwert auch erreicht, hat aber im Sommer auch nur ein Jahr Vertrag, hat für Serbien alle Nationalmannschaften seit der U16 durchlaufen, jetzt auch bei der A-Nationalmannschaft, ja wie gesagt, ist im Sommer eben nur noch für ein Jahr bei Maccabia Tel Aviv unter Vertrag, heißt man könnte ihn vielleicht, wenn sein Marktwert nicht überexplodiert, bis zum Sommer für marktwertähnliche Preise haben, das wäre eine kreative Lösung in Richtung, sollte ein Völkuk uns zum Beispiel im Sommer verlassen, dass dann hier auch vielleicht man sagt, okay, das ist ein junger Mann, 23 Jahre alt, beziehungsweise dann 24, da nimmt man dann 3, 3,5 Millionen in die Hand und würde diesen Spieler holen, marktwertig nicht, beziehungsweise gehaltstechnisch würde das Ganze funktionieren, die Frage ist halt, ob man ihn dann auch als Völkukersatz sieht oder sagt, den holen wir plus den, also versteht ihr, was ich meine, den Spieler holt man und noch einen, das ist natürlich die große Frage, dennoch fand ich einen interessanten Vorschlag, auf jeden Fall danke, dass der hier reingeschickt worden ist, finde sowieso ganz geil, dass wir vielleicht heute auch über ein paar Spieler reden, über die wir so sonst noch nicht gesprochen haben. Jetzt sprechen wir über einen Spieler, vor dem wir vor langer Zeit schon mal gesprochen haben und zwar habe ich den damals, ich glaube, als wir abgestiegen sind, habe ich den als Transfervorschlag gemacht, weil ich gesagt habe, der ist gerade mega hoch und der hatte auch eine super Saison gespielt bei Nürnberg, der eine oder andere wird schon wissen, um wen es geht, und das war damals eben der heute 24 Jahre alte Robin Hack, der damals zu Arminia Bielefeld gewechselt ist, bevor die abgestiegen sind, also einen Erst- und wohl Zweitliga-Vertrag unterschrieben hat, oder was heißt wohl, er spielt ja in der Zweitliga, also Erst- und Zweitliga-Vertrag unterschrieben hat, hat von 17 möglichen Spielen, 17 Spiele auch gemacht, 8 Tore dabei erzielt und 2 Vorlagen, einer der wenigen Leistungsträger bei Arminia Bielefeld, hat jetzt nur noch Markte von 2,2 Millionen, ihr seht schon, Vertrag bis 2025, jetzt werdet ihr denken, Nico, warum, also in welcher Form sollte das jetzt hier funktionieren? Zweierlei, zum einen wäre für mich ein Robin Hack auch ein Kandidat, wo man auch im Winter mal anfragen könnte, ey, wie sieht es aus, per Laie vielleicht mit Kaufoption, ob das machbar ist, auf der anderen Seite muss man natürlich ganz realistisch sagen, ist es halt ein Leistungsträger bei Bielefeld, also wird der im Winter wahrscheinlich eher nicht abgegeben, aber sollte es bei Bielefeld weiter so laufen und da müssen wir einfach auf die Zweitliga-Tabelle mal kurz gucken und sehen da ganz, ganz unten Arminia Bielefeld auf dem 16., dann ist uns natürlich auch klar, ah, alles klar, vielleicht hat der hier, also hat der Robin Hack keinen Vertrag für die 3. Liga, dann wäre er ja ablösefrei zu haben, wenn er keinen Vertrag für die 3. Liga besitzt, dann ist er praktisch vertragslos, kommt nicht mit runter und darf ablösefrei wechseln, das heißt, auch jetzt muss man sich jetzt schon damit befassen, um zu gucken, ah, den müssen wir im Auge behalten, da müssen wir vielleicht schon mal Gespräche führen, weil wenn man den im Sommer haben kann, ablösefrei, sollte man das auf jeden Fall tun, er hat ein super Fußballeralter mit 24 Jahren, ich persönlich, er hat schon Erstliga-Erfahrung gesammelt mit Arminia Bielefeld, Zweitliga-Erfahrung kennt er sowieso, also er kann auch kämpfen, er ist Tempo-mäßig auf jeden Fall ein Upgrade, kann mehrere offensive Optionen abdecken, für mich persönlich steht er zwar hier unten, steht er als links, außen rechts, außen offensives Mittelfeld, für mich persönlich wäre er bei uns offensives Mittelfeld, das heißt offensiver Achter, wo man ihn vielleicht spielen könnte, also in so eine Richtung Zehner mehr, dass du wirklich einen Qualitätsspieler nach vorne hast, so jemanden, wie du auch mit Quiré eigentlich verpflichten wolltest, aber auch jemand für die Doppelspitze, denn wenn du dann zum Beispiel einen Brocken oder einen Part hast, der eher diesen klassischen Mittelstimmer widerspiegelt, kannst du mit Robin Haag da eben diese Tempo-Variante mit reinbringen, finde ich einen extrem interessanten Kandidat, wie gesagt, jetzt im Winter, weiß ich nicht, halte ich für sehr schwierig, da was zu machen, ganz ausgeschlossen würde ich es jetzt auch trotzdem nicht sagen, weil, wie gesagt, auch Gehaltstechnik ist der natürlich auch einer noch der Topverdiener bei Bielefeld, aber ich sage spätestens im Sommer, sollte man diesen jungen Mann im Auge behalten und dann wäre er vielleicht auch interessant für Werder. So, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wollte ich auf jeden Fall mal reinbringen. Jetzt kam ein Transfervorschlag mit rein, auch ebenfalls aus der zweiten Liga, das ist ein Community-Vorschlag wieder, Ron Schallenberg, Kapitän beim SC Paderborn, hat einen Marktwert von 2,5 Millionen, ist 1,85 groß, 24 Jahre alt, hat in der zweiten Liga-Saison von 17 möglichen Spielen, alle 17 gemacht, zwei Tore und zwei Vorlagen erzielt und ist defensiver Mittelfeldspieler, das heißt Sechser. Wen wundert es, dass sie auch Sechser-Vorschläge bekommen, das ist ja klar. Und das ist natürlich ein Kandidat eher für den Sommer, denn im Sommer hat er eben nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit, auch hier können wir darüber sprechen, warum sollte man den im Winter abgeben, ist halt ein Stammspieler und Leader, aber wir erinnern uns auch, das war ja zum Beispiel damals bei Paderborn, als wir in der zweiten Liga waren, auch Sven Michel, der aber dann halt eben auch abgegeben werden musste, weil Paderborn auch in gewisser Weise auf die Transfereinnahmen ja auch mit angewiesen ist, auch kein Finanzüberklub. In dem Sinne, vielleicht ist er auch, ja, so zu haben für 2,5 Millionen, ich denke, dass er marktwertgerecht verkauft werden würde, kann mir aber eher vorstellen, dass Ron Schallenberg jemand für den Sommer ist, also für den Sommer ein Sechser, der 2,5 Millionen kostet, finde ich absolut im Rahmen, es wird mit Sicherheit vom Gehaltsgefüge eher im unteren Bereich bei uns dann anzusiedeln sein, ist mit 24 Jahren in einem Alter, wo du sagst, okay, entweder er macht jetzt den Sprung hoch in die erste Liga oder er bleibt halt weiter Zweitligaspieler, die nächsten zwei, drei Jahre sind da glaube ich auch ein bisschen entscheidend, danach ist es eher unwahrscheinlich, dass die dann nochmal den Sprung machen, so 27, 28 nochmal hoch in die erste Liga, eher im besseren Fußballalter, ja, macht man dann den Sprung hoch. Ich persönlich, ja, finde das gar nicht mal so schlecht, deckt halt viele Positionen ab, ist ein Leader, ist ein Kapitän, ist ein interessanter Mann, der ein oder andere wird mit Sicherheit ihn auch so schon kennen, wenn man einfach eben ein bisschen in die zweite Liga geguckt hat, dann weiß man auch um seine Qualitäten, dennoch weiß ich nicht, ob ich sage, okay, das könnte jetzt unser Erstliga-Sechser-Problem lösen, das weiß ich nicht, aber ich finde, es sind interessanten Kandidaten, deswegen habe ich ihn auch hier mit reingenommen und, ja, finde ihn auf jeden Fall nicht so verkehrt. Jetzt wechseln wir zum ersten Spieler aus der ersten deutschen Bundesliga aktuell von einem Konkurrenzverein bei uns, bei dem jetzt rauskam, dass sein Vertrag nicht verlängert wird, das heißt, sein Vertrag läuft eben aus, ist im Sommer ablösefrei zu haben. Und es gibt zwar einen Bericht, dass es wohl an Finanzen beziehungsweise am Gehalt liegt, aber Freunde, ganz, ganz wichtig, ihr wisst ja, ich habe auch schon mit dem einen oder anderen Spieler Kontakt oder auch Kontakt gehabt in der Vergangenheit, in den letzten zweieinhalb Jahren, wo wir diesen Kanal hier aufbauen und es ist sehr, sehr oft Sachen aus der Presse völlig überzogen oder falsch dargestellt. Also oftmals sind Zahlen völlig aus dem Wind einfach geschätzte Zahlen, wo wir manchmal denken so, oh ja, dann ist das ja unmöglich und so weiter. So war ja auch damals das Gleiche bei Pipa und Stark, wo wir gesagt haben, ja, bei dem Marktwert und dann bei dem Gehalt, die werden auch andere Angebote haben, da werden wir nichts machen können. Am Ende sind beide zu uns gekommen. Es gibt eben, ja, immer wieder Presseberichte, wo man sagt, boah, ob das so der Wahrheit entspricht, weiß man nicht. Fakt ist aber, dass Oma Mamouch seinen Vertrag beim VfL nicht verlängern wird. Er ist 1,83 groß, hat in der aktuellen Bundesliga-Saison 15 Spiele gemacht, davon aber nur die Hälfte in der Startelf. Zwei Tore dabei erzielt, hat noch einen Marktwert von 6 Millionen, kann Mittelstürmer spielen und auf beiden Außenpositionen. Für mich sehe ich ihn absolut in einer Doppelspitze bei uns. Für mich wäre Oma Mamouch ein Megakandidat für, wenn Völkuk uns im Sommer verlassen sollte, weil ich da einfach wirklich einen absoluten Tempospieler sehe mit Mamouch, der uns wirklich beflügeln könnte. Ihr merkt auch schon, dass ich sehr in Richtung Tempo auch gucke, weil ich einfach sage, ich glaube, wir spielen ja auch immer wieder auf diesen Konterfußball und wir brauchen eben in der Doppelspitze mindestens einen Part, der eben wirklich auch über Tempo kommt. Daher finde ich es sehr, sehr interessant. 6 Millionen Marktwert wird für uns überhaupt niemals machbar, aber dadurch, dass er eben im Sommer ablösefrei ist, wäre das machbar. Für die Leute, die jetzt sagen, ja, aber der wird ja auch jetzt schon bei Wolfsburg Unmengen verdienen. Oma Mamouch hat immer noch seinen Vertrag, wo er von der Jugend hochgekommen ist zum VfL Wolfsburg. Das heißt, er verdient aktuell geschätzte 500.000, wäre damit im untersten Drittel bei uns. Davon mal ab, möchte er natürlich jetzt mehr verdienen, möchte jetzt einen richtigen Profibetrag bekommen. Angeblich sollen diese wohl bei 2 Millionen liegen, aber er will auch irgendwie 2 Millionen Handgeld. Das sind so das, was die Zeitschriften berichten. Für uns persönlich, wie gesagt, kann ich nur nochmal sagen, sollte ein VfL Wolfsburg gehen, gib dem Jungen sein Handgeld, scheißegal. Gib dir den Vertrag von VfL Wolfsburg, einen Tick unter 2 Millionen und gut ist so. Nur hast du damit einen Spieler, der eben extrem viel Entwicklungspotenzial auch noch mitbringt. Er ist eben 23, wird jetzt im Februar 24. Und ich glaube, dass er bei uns und unter Ole Werner wirklich durchstarten könnte. Ja, das persönlich finde ich einen sehr interessanten Spieler. Hat mich auch gefreut, dass er genannt worden ist. Auch nicht einmal, sondern war wirklich 2-3 Mal als Vorschlag. Oma Mamouch. Ich finde ihn persönlich auch sehr, sehr interessant. Und deswegen, ja, fand ich das eine sehr, sehr gute Sache. Jetzt kommen wir zu einem Spieler. Ihr könnt natürlich zu allen Spielern gerne eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Ich freue mich total darüber, diesen Austausch zu machen. Und natürlich auch weitere Spieler reinschreiben für eine eventuelle zweite Folge. Dann vielleicht für nächste Woche oder, oder, oder. Wie gesagt, 4 für die Raute. Das werden wir beibehalten. Das passt einfach zu Nostalgiegründen. Jetzt kommen wir aber zu einem Spieler. Und jetzt sind wir auch schon da angelangt. Ihr werdet mitgezählt haben. Jetzt sind wir bei den 4, wo ich sage, Ja, die sind alle 3, äh, alle 4 so, wo man sagt, kann man machen. Jetzt kommen wir zu 3, wo es bei jedem einen Manko gibt. Meiner Meinung nach. Denn auch Community-Vorschläge sind, die ich hier mit reinbringen wollte, um auch mal was zu den Spielern zu sagen. Ähm, ja. Aber wundert euch nicht. Wie gesagt, die letzten 3 jetzt sind einfach schwierigere Situationen. Mich würde es trotzdem freuen, wenn ihr mal ein Däumchen nach oben da lassen würdet und ein Abo da lassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir wechseln rüber zu jemandem, über den wir schon mal gesprochen haben. Und zwar letztes Jahr. Kam er als Transfergerücht bei uns rein. Und Werder hat diesen jungen Mann wohl beobachtet gehabt. Äh, ich glaube, im Sommer kam auch nochmal ein Gerücht von ihm. Da müsst ihr, könnt ihr mal selber reinschreiben. Äh, das wisst ihr, glaube ich, wahrscheinlich gerade besser als ich. Und zwar geht es um Jason Knight. 5 Millionen Marktwert. Er hat Vertrag nur noch bis Sommer. Ähm, spielt aktuell in der League One, also in der zweiten, ähm, mit Derby Country, äh, ja. Ähm, 18 Spiele von 24. Ein Tor, zwei Vorlagen gemacht. Ähm, ja, äh, oder ich glaube, das ist sogar die dritte, ne? Ach, ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist bei Jason Knight die Situation so. Und deswegen habe ich ihn jetzt auch mit dem Marktwert mit reingenommen. Er hat zwar nur noch Vertrag bis 2023. Und ja, wäre auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Ähm, jemand, der auch, äh, absolute Qualitäten mit sich bringen würde. Wahrscheinlich auch wirklich um, um einen Stammplatz bei uns kämpfen würde. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber, jetzt das große Aber, irgendein Derby Country Boss, Manager, irgendwie sowas, hat sich erst vor zwei Tagen darüber geäußert gehabt, dass Jason Knight, ähm, bei, äh, nicht zum Verkauf steht, äh, trotz seines Ausläufen des Vertrages, jetzt im Winter. Und es gäbe wohl eine Situation oder eine Option bei, oder Derby Country, wenn ich ausführe, ne? Bei Derby Country, ähm, dass die selber den Vertrag um ein Jahr verlängern könnten. Dann hätte er im Sommer noch ein Jahr Vertrag. Dann wäre er für uns auch überhaupt nicht machbar. Fünf Millionen im Sommer, ähm, werden wir wahrscheinlich nicht für Mittelfeldspiele ausgeben. Kann ich mir zumindest hier und heute nicht vorstellen. Deswegen eher jemand, der, ja, sag ich mal, dann doch kein Kandidat bei uns ist. Aber, ähm, ich konnte den Vorschlag verstehen, weil er eben ja auch schon mal bei uns als Gerücht gegalten hat. Von daher konnte ich das gut verstehen. Ähm, genauso den nächsten Vorschlag hier. Pablo Maier, der wurde auch mehrmals reingeschrieben. Wurde als Ablösefrei praktisch auch reingeschrieben, dass er im Sommer ablösefrei ist. Das ist aber nicht der Fall, auch wenn das hier steht, 30.09.2023. Denn, ähm, Pablo Maier, da müsst ihr eine Sache verstehen. Er hat bei Sao Paulo in der Jugend sozusagen gespielt und kommt jetzt in die erste Mannschaft hoch. Mit einem Marktwert von fünf Millionen wurde er hochgezogen. Und es gibt Vertragsgespräche und es wird auch neue Vertragsgespräche geben. Spielt in der brasilianischen Liga dann, ähm, lasst ihn bei Sao Paulo erstmal ankommen. Und das Problem ist da ja, wenn er nach der Jugend hochkommt und jetzt schon fünf Millionen Marktwert hat, der wird auf jeden Fall deutlich, deutlich höher kommen. Wie gesagt, es gibt hier aber auch eine Option, den Vertrag automatisch zu verlängern und der wird, das wird hundertprozentig auch gezogen. Wie gesagt, ich glaube sowieso, dass bei Brasilianern, die schon so ein bisschen im Fokus stehen, sind die Marktwerte einfach so, äh, krass hoch. Du musst die viel, viel früher irgendwie greifbar machen und packen können. Ja. Der letzte Kandidat war Dennis Geiger, der reingeschrieben worden ist. Sein Vertrag läuft ebenfalls aus. Aber, äh, da gibt es jetzt einen neuen Bericht, dass er fühlt sich ja sehr, sehr wohl in Hoffenheim oder in Sinsheim. Und, ähm, das hat er jetzt letztens auch nochmal betont gehabt. Und da sieht es eben auch nach Vertragsverlängerung aus. Sollte es keine Vertragsverlängerung geben, sag ich persönlich, ist Geiger ein Regal zu hoch für uns. Also jemand, der eher nicht zu Werder kommen würde, ähm, von Hoffenheim. Glaub ich persönlich. Glaub auch, dass er gehaltstechnisch mehr will, als die Werder geben könnte. Hat auch einen Marktwert von 9 Millionen. Klar, wenn dann ablösefrei, da bin ich voll bei euch. Aber ich sehe ihn eher als sehr unwahrscheinlich an, als sehr unwahrscheinlichen Kandidaten. Dennoch, schön, dass er mit reingenommen worden ist oder auch sehr interessant. Das war auf jeden Fall meine, ähm, erste Folge jetzt hier in diesem Jahr von 4 für die Raute. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, den einen oder anderen Vorschlag, äh, habt ihr vielleicht auch gefeiert oder fandet ihr gut. Wenn ihr weitere Vorschläge habt und ihr sagt, ey, die sind alle scheiße, ich habe viel bessere, schreibt sie in die Kommentare. Ich freue mich da total. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Niko und ciao. Hi, Real Niko. So, Freunde. Erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Niko. Mach weiter so. Das-ir-Felhos-Z wonderfullyamos. Das-ir-Felhos-Z utaart.